Können wir noch mal so diese heftige Bewegung machen? Schon besser, hat er gesagt. Also ist er nicht zufrieden. Kinder! Einsatz in Manhattan. Elke. Die Frau Mulder. Frau Mulder, so stehen ihr die Hoher viel besser. Ich hab keinen Hunger. Es ist zu viel Wind. Das ist ein schöner Kringel, ne? Ich kann keine mehr. Der Busen dampft. Das ist eine sogenannte, sie ist keine Ulknudel, sie ist eine Dampfnudel. Das geht in die Hosen. Chromik hat viel aus dem Bauch raus und trocken muss sie sein. Damit der Gerd mal gucken kann, wie es auf sich aussieht, wie es geschnitten ist. Ja, und dann gibt er sein Plazett oder hat noch Einwände und sagt, da könnte man... Schön! Der Kölner Dom hat mir ja auch so gut gefallen. Das ist nicht möglich, dass man Sie trifft. Ich bin so ein Anhänger von euch des Kanzler. Und das letzte Mal sind Sie die Badewanne. Das ist, wenn Sie... Entschuldigung, entschuldigung! Ich kenne übrigens diese lauschige Ecke hinter diesem Plätzchen. Und dann, wie ich am Eingang... Eingangs? Ja, das steche ich in der Fingerspitze. Äh... Und dann habe ich oft, dass der Text weg ist, Herr Doktor... Und das... Das ist ja irre! Das gibt's doch nicht! Doch! Siehst du es doch? Wow! 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 Und ... Und rauch uns weiter... Anschließend treffen wir immer sehr... Und gehe spätestens um ins Bett! Und lebe eigentlich gesund! Das war's für heute.